ARD Text im Auftrag von Funk 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 die Erlebnisse mit auf Leck alter die verschossen scheiße die und ich bin noch eine Komunik und er hat verloren zwei Runden verloren und Gott der Füße getroffen ist die Füße und Herzen zieht der Fall also ich werde aber voll auf sich rechnen auf sich gegen 2 3 gegen um die Gruppe M.D. gegen die Nanny XEVOTIX Ey, das ist richtig cool, Alter! Guck mal, wer aktiv auf Töter ist, der kann auch als normaler User jetzt dabei gewesen sein. Also reingekommen. Echt? Nein, ey! Stopp! Ich renne weg. Was? Was für ein Ping hat der? Oh! Alter, der sollte sich jetzt Ping PPP nennen, ey! Den Namen gibt's schon. Ich verliere! Ich renne jetzt dauerhaft weg, Alter, das ist die einzige Option. So, die ich grad hab. Ich komm mit dem Kit irgendwie gar nicht klar. Auf dem Fall getroffen wurde es dauerhaft wegrennt. Es ist zwar richtig Huren so in die Taktik, aber ich mach's jetzt einfach. Bei manchen Leuten frage ich mich, ob die wirklich Mädchen sind oder ob die einfach nur Mädchen-Skin haben. 70% sind keine Mädchen. Ich sag mehr. Loi? Auch Alien-Eyec. Alien-Eyec hat geläftet. Der hat mich einfach trotzdem noch getürft, obwohl ich ihn getroffen hab. So, warum auch die? Keine Ahnung. Er hat, er hat, er hat, er oder er oder es hat den Pfeil verschossen. Jetzt komm. Ich bin jetzt mit einer Eltern. Oh, ich hab noch gewonnen. Das war so ne Scheiß-Aktion, ey. Es tut mir richtig leid. Schuhfunk in Sachen Expert-Turnier. Ey. Kabel-Gulasch hat... Hä? Es tut mir leid. Es tut mir leid. XI-Vortex-P... Oh, er war's runtergelaufen durch den Bug. Ist krass. Das ging... Ich glaub, das war jetzt der schnellste Start ever. Also... Seitdem es nie Turniere gibt, oder? Normalerweise hat das ja früher immer so eine halbe Stunde gedauert, oder so. Ich hab den Punkt nicht umgelegt. Hm. Hä? Ich hab den Fall nicht mehr. Alter, Poxari, du verlierst jetzt. Oh ja. Ich hab den Fall schon wieder nicht... Oh, Ech! Wo war der Pfeil, Alter? Wo war der Pfeil? Wo war der Pfeil? Ex-Pirsch hat mit vier Herzen gewonnen. Oh, jetzt ist Poxari gegen X-Vortex, den kenn ich. Nee. Du bist bei mir völlig in der Wand! Beide, beide. Der eine ist im Boden, der andere in der Wand. Ja, Vortex ist bei mir normal. Hast du schon gestartet? Ja, ja. Jaaaa. Entschuldigung, das war endend auf. Achso, okay. Tschi-tschii. Ja, hallo. Ich nehm auch auf, hallo Horst. Jaa. Mit der kann er ja euch beide malen. Faison HD, Alter! Hast du er nicht gewonnen? Maxi-Hang? Er war gewann. Trenner muss halt aufpassen wegen Autoklicker, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er G-G-Check klicken kann Ok, er pingt sonst was Ok, dann eben geworfen Er kann mit der Angel Er kann mit der Angel, das ist scheiße Ja, das ist echt krass, manchmal Wer hört sich da Videos an, hinter rund, Horstie? Horstie Ja Er leckt, Alter, Timur, er leckt Ja, das kriegt noch Mein Ping, oh, sehr schön, Mann Alter, das kann nicht wahr sein Ich hab schnell daneben geschossen Ich kann, Alter, diese Angel, ne? Er macht die ganze Scheiße Angel-Moves Ja, das ist echt krass Das ist unglaublich Er hätte die Scheiße Angel nicht nehmen dürfen Ich hab verloren Ja, du musst halt richtig aufpassen mit der Angel Ich kann, ich darf eigentlich gar nicht mehr springen, Alter Ey, das sowieso nicht Das ist halt richtig kacke Die kommen auf dich zu Hitten mit der Angel Hitten nicht einmal Und dann hitten sie dich wieder weg Und du hast gar keine Angst Nein Ich komm trotzdem weiter, weil ich zwei Quali-Runden gewonnen hab Ich komm trotzdem weiter, weil ich zwei Quali-Runden gewonnen hab Und die haben auch ausgeschieden Und die haben auch ausgeschieden Was, Quali? Gegen Arocs Ich hab noch gegen kein Premium gekämpft Ja, das ist... Mann, ich hasse das Kid Ich werd so rausfliegen Es lag Es lag Ja, es lag Wieso? Es lag 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 Wie sau Alter Wurde richtig zurückgebacken Ich bin gerade Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Alter Ich hab ein Lag voll ab ausgeschieden Ich hab getroffen mit dem Fallbruch Ich... Oh, ich hab gewonnen, aber es lag Ich bin über einen anderen Bungie gejoint Ich bin über einen anderen Bungie gejoint, glaub ich Ich lag überhaupt nicht Echt? Boah, du bist ein Alter, ich lag dauernd zurück, man Testpunkt... Testpunkt Timoya.de, man Ich hab verloren What the fuck Ich weiß nicht, ob das ein anderer Bungie ist, aber ich konnte... Ich glaub, es lag es nicht mehr Ich glaub, es lag es nicht mehr Ja Wurde die ganze Zeit zurückgebracht, alter What the fuck Wie sieht's mit Tim aus? Was ich überhaupt noch drin ist? Oh, ich hab nicht geschlagen Nein, er kämpft gerade Er führt 1-0 gegen die Larsenkraft RIPBACK ist auch am Start Tim hat noch seinen Pfeil Wir haben am Anfang am echt herumgelegget, demnach war es echt unfair für ihn Hast du gut gemacht Ich hab die Lacks komplett Unfair, da brauchst du nicht sagen, dass ich gut gemacht habe. Tim leck richtig hart rum. Spielen. Nightman. Dämpchen überpingen. Gegen mcexpert.de Oh Mann, Alter. Warum kämpfst du an die Rücken gehen? Er leckt's noch. Kriegst du noch für eben, guck's an. Ach komm. Es ist die Leute, die ihren Pfeil direkt am Anfang verschießen, die verstehe ich. Er leckt sau krass, Mann. Ich leck auch. Hä, bei mir leckst du überhaupt nicht. Ich leck, ach, ich leck wie du sagst. Ich spür's doch, Mann, dass ich zurückgepackt habe. Ja, ich leck's auch. Bei mir ist es richtig chillig, Alter. Ich kann ganz normal kämpfen. Und komm, wohin natürlich. Wie ist leck? Oh, ich hab gewonnen zwei Herzen. Ist aber echt unfair, so. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist es Glück, Alter. Nein, bitte. Bitte, Mama. Drei Herzen, Alter. Das Zickzack am Ende hat's mich rausgeholt, Alter. Zickzack. 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 Weniging. Chill- Tickox. Er ist getroffen. Ohhhhuhangen. Jetzt hatorial geingangbt. Alter, der angeht... Der har rivalry. Uuhhhh. Woih chasing. Ich würde ja auch nochmal benutzen, aber... Aber weißt du, ja, nur mit Angel hat man Skill. Ich werde verlieren. Ich werde verlieren. Ja, was soll ich machen? Hat er dir eine Angel-Kombo gegeben oder weswegen? Ja, ich habe so eine Kombo gegeben. Tim, schreibt gar nicht GG. Ich schreibe auch nie GG eigentlich. Außer wenn du gewinnst. Nein, außer am Ende. So, jetzt fang ich. Jetzt fang ich, jetzt geht's los. Warte, Tim, Tim, bitte guck, Tim. Keine Ahnung. Ich habe die Angel gedroppt. Ein Video sagt aber schon so, Oh, was? Vor allem hat die Angel gedroppt. Jetzt muss er aufpassen. Ah, was sieht denn los? Ja, Angel. Angel. Egal, die Map ist meine Map. Die Map passt eh gewonnen. Okay. Jetzt muss man gleich ein bisschen besser mit dem Bogen arbeiten. Und, ähm, die Lok treffen. Hey, Tauk. 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 Das war doch nicht der 3. Turniersieg. Bisse doch nicht unangefochten. Na jetzt verliert er das Risiko. Na hoffentlich? Ja, er war ja gesagt. Er hat gewonnen. Alles cool. der Dornen Dundern 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 Däherberg er hat der Gäste 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 zum Kassi Uhr ist es die Däpigen noch einfach an die Klo war es wird in Verschossen an von der Falle vor dem Ersatzteile er ist so dumm das macht das schrecklich gut, das war's mit der Aufnahme, tschüss tschüss tschüss